Stell dir vor, du wachst an einem gewöhnlichen Tag in Bristol, England, auf und findest einen unerwarteten Besucher auf deiner Veranda, eine unschuldige Katze, kaum wiederzuerkennen, bedeckt von festgewordenem Beton. Der Schock dieses Anblicks war nur der Anfang einer unglaublichen Rettungsgeschichte, die viele Herzen berührt hat. Die Katze, ein zweijähriger, orangefarbener Kater mit leuchtenden Augen, die durch den gehärteten Beton verklebt waren, lag hilflos da. Mit jeder Bewegung war klar, dass das Gewicht des Betons ihn in Qualen gefangen hielt. Sein weiches Fell war verfilzt, seine kleinen Pfoten kämpften darum, sich zu bewegen. Dieser Kater hatte etwas Schreckliches überlebt. Er sollte später den Namen Grant erhalten, doch in diesem Moment sah man nur ein Wesen, das dringend Hilfe brauchte. Schnell handelnde Nachbarn brachten Grant sofort zu The Vet Bristol, wo ein Team von mitfühlenden Fachleuten bereits wartete. Der leitende Tierarzt, Dr. Adam Sheridan, warf einen Blick auf Grant und wusste, dass es sorgfältiger und erfahrener Arbeit bedurfte, um ihn aus dem Beton zu befreien. Der erste Schritt war, das verfilzte Fell abzurasieren, das wie ein Käfig um seinen kleinen Körper lag. Während das Rasieren weiterging, arbeitete Doktor. Sheridan mit seinem Team behutsam, um Grant nicht noch mehr Schmerzen zuzufügen. Zum Glück stellte sich bei einer gründlichen Untersuchung heraus, dass Grant keine Atemwegsverletzungen hatte. Ein wahres Wunder, angesichts dessen, was er durchgemacht hatte. Nur ein paar kleine Schnitte zierten seine Haut, aber es gab keine bleibenden Schäden an seiner Gesundheit. Die Nachricht von Grants Rettung verbreitete sich schnell und innerhalb weniger Tage meldeten sich mehrere Menschen, die behaupteten, sein Besitzer zu sein. Doch als sie um Beweise gebeten wurden, konnte keiner diese erbringen. So blieb Grant ohne bekanntes Zuhause, doch nicht ohne Hoffnung. Doktor Sheridan, der stundenlang damit verbracht hatte, Grant gesund zu pflegen, konnte nicht anders als eine enge Bindung zu dem tapferen kleinen Kater aufzubauen. Als Grant langsam zu heilen begann und seine Augen wieder für die Welt öffnete, wurde klar, dass er dankbar war. Sein sanftes Schnurren und zarte Stupser erzählten von Vertrauen und Liebe. Dr. Sheridan erkannte bald, dass Grant vielleicht sein Zuhause gefunden hatte. Nicht bei einem Fremden, sondern bei der Person, die ihm das Leben gerettet hatte. Es sieht so aus, als würde Grant ein dauerhaftes Mitglied von Dr. Sheridans Familie werden. Doch hinter diesem herzerwärmenden Ende bleibt eine beunruhigende Frage. Wer könnte eine so grausame Tat begehen? Die Behörden behandeln Grants Zustand als vorsätzlichen Angriff. Während er weiter heilt, besteht die Hoffnung, dass die verantwortliche Person gefunden und zur Rechenschaft gezogen wird, um sicherzustellen, dass kein anderes Tier das gleiche Leid erfahren muss. Grants Geschichte erinnert uns alle daran, wie wichtig Freundlichkeit und Wachsamkeit sind, wenn es darum geht, die Stimmlosen unter uns zu schützen. Seine Widerstandskraft und die Hingabe derjenigen, die ihn gerettet haben, sind ein Leuchtfeuer der Hoffnung. Wenn du an die Kraft von zweiten Chancen für Tiere wie Grant glaubst, abonniere unseren Kanal für mehr solcher Geschichten. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, teile deine Gedanken in den Kommentaren und vergiss nicht, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, um keine zukünftigen Rettungen zu verpassen. Jeder Like, Kommentar und Share hilft, das Bewusstsein zu schärfen und macht einen Unterschied im Leben der Tiere, die es am meisten brauchen. Untertitelung des ZDF, 2020